Bob Deutschland 1 Der Landmaschineningenieur Meinhard Nehmer wurde insgesamt dreimal Olympiasieger und viermal Weltmeister. Nach der deutschen Wende nahm Meinhard Nehmer die Offerte des Bob-Verbandes der USA an und wurde 1991 Nationaltrainer der amerikanischen Mannschaft. Schon im zweiten Winter feierte Nehmer seinen ersten großen Erfolg als Trainer, als Brian Scheimer bei der Weltmeisterschaft den Eagles. Eben hier, wo Nehmer 76 zwei Olympische Goldmedaillen gewonnen hatte, den vierten Rang gelegte. Der Nehmer Schützling Scheimer gewann überdies den Vierer Weltcup und den Gesamtweltcup.